ja und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu car mechanics simulator weiter geht's wir haben jetzt hier das spielchen ich muss mal ganz kurz was weg drücken so mit dem auto hier schon so gut gemacht wie es geht und jetzt müssen wir die teile wieder einbauen also die dem motor teile und so dass die kurbelwelle habe ich neu eingebaut die ist inzwischen neu und ja das heißt es noch die anderen teile einbauen aber sie gucken da muss ich vom motorraum glaube ich mache wenn man nicht alles täuscht ja bis auf den hier den können wir ja schon mal ach ja den muss ich ja jetzt weiß ich jetzt voll plan man ja ich möchte natürlich ich musste natürlich abziehen dann sollte das auch passen dann können wir das teile neu machen feder bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher wollte der auch mit federn das ist fertig auf stoffpumpe reben um lager um die boxe ruhe stange jeder bügel koppelstange bügel ok gut dann setzen wir die teile wieder zusammen das wäre mal dass das und die 100 prozent so irgendwie war das doch siehst du manchmal denkt man auch nicht immer dran oder dann ist das jetzt insgesamt auf 65 prozent das geht super da kriegt das teile wieder dran blip 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 und den reifen ich denke ich denke, das muss man jetzt nicht nochmal abmachen dann können wir das abhaken hier und hier, okay dann sind wir da fertig dann können wir den mal runterlassen, ich muss mal von oben mal gucken denn ich muss ihn eben nochmal hochfahren so ich weiß auch gar nicht, habe ich die Teile überhaupt schon gekauft hier bin mir gerade echt nicht sicher Hebebühne, da muss ich die Hebebühne doch nochmal benutzen oh je, oh je Hebebühne, also von unten dieses Teil erstmal wieder an ich muss mal gucken nein Inventar, wir haben bloß die Bremsscheibe neu ansonsten habe ich nix Spurstange Spurstange wenn die verbrauchen wir sie sowieso habe ich aber ich warte mal kurz ich hebe die nochmal auf hier nochmal hoch so das ist echt, mal gucken das Teil war 380, 63% das war ja okay 44% da haben wir schon das Problem 44% geht aber auch muss ich also auch nicht nachmachen hier haben wir 58% so das Teil genau das habe ich geholt da machen wir das Getriebe wieder drauf 43% da wird auch nicht mehr viel Freude haben mit dem Ding hier aber zumindest kriegt auch mal die Schrauben ist doch schön ich bin äußerst freundlich einfach so so gut den Anwasser da kriegt er neun oh mal gucken hier was ist da das teil haben wir das haben wir das haben wir 100 prozent reifen wieder dran so fertig fertig keilriemen brauchen wir noch das ist fertig fertig vorstange haben wir dran reben noch hier zwei mal oder was okay das werden wir wahrscheinlich hier anbauen müssen von unten dann komm mal runter kommen sie mal runter da jetzt noch nicht ganz die kolben müssen ja wieder drauf da wollte er ja keine neuen da geht das ding wieder zu hier wunderbar dann haben wir hier die nockenwelle da muss ich jetzt auch keine neuen holen wickel drauf schraub sie dir um wolf du okay sind kerzen 100 prozent sind kerzen und nämlich noch eine karte dies übergeblieben so der braucht ja nur 42er und die waren alle drüber von daher passt das 47 prozent zahnriemen anteil da abdeckung drauf das ding dran sagen hier haben wir noch mal ein kremen sehr schön dann sieht das doch schon mal besser aus hier immer schön schräumen 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 natürlich mich doch freuen hier drauf da drauf kabellage wieder dran ohne wird das sonst nix hier sehr gut das haben wir fertig er ist durch 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 alle durch ja gut dann hoffe ich dass das passt fahrzeug ist nicht komplett es fehlt die ehrwanne auch wie immer es fehlt immer die ehrwanne und unten werden da unten auch noch offen vergesst das immer gruselig 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 wie immer dann gehen wir hier die neue abdeckung oder wie das ding auch heißt loyal lagerdeckel ja abdeckung halt nur deckel überhaupt nicht aus wie deckel als aus wie sinne es macht klammer ding keine ahnung so das passt irgendwas fehlt ja aber noch ich weiß nicht was ich weiß nicht was ach jetzt müssen wir wieder keine ahnung wie der da rankommen soll zum hänker kommt ja da unten ran da von dort ich mag das verzweifeln nee da muss hoch aber stimmt hier nicht was fehlt denn kurbel doch alles ach hier man die sieht man auch so blöd das gibt es doch nicht jetzt jetzt kann man die bahn auch verbauen dann sollte das jetzt aber passen dann kommst du mal runter wir müssen ja sowieso noch öl nachfüllen das habe ich auch schon vergessen und hier das muss man auch nachfüllen jetzt machen wir das mal sonst wird das nämlich nichts hinten die flüssigkeit ist noch drauf wiederflüssigkeit weiß ich gerade nicht das ist voll gott dann machen wir hier mal noch doch noch schönes öl rein mal kurz test damit sollte die kiste eigentlich aber sein und er kann mal verschwinden 1000 noch hat es gegeben diese arbeit ich finde viel mehr bekommen nur für hinten triebe also fürs getriebe gab es ja mal richtig am geld aber jetzt 1000 hier für den das ist schon man 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 inventar okay wir gucken mal was wir machen können aber noch irgendwas nix okay dann kann man nur den anlasser reparieren 100 prozent scheinen karte habe ich auch schon aber es gibt ja mal verschiedene karten kann man ja dann reingehen und so ich freue mich schon ich freue mich schon da zu gehen geil total meins anders haben wir jetzt gerade komplett repariert das heißt da könnten wir uns ein bisschen was sparen müssen wir den ich immer den kaufen der ist jetzt zwar nicht teuer aber ansonsten alternativ kann man ihn auch verkaufen aber leider kann man die anderen teile nicht so wirklich kommt wieder ganz machen und es geht wohl im wahrenleben auch nicht also keine ahnung ja das ist das halte einen motor ständer genau das war das kostet uns 10.000 errichtet einen diagnose pfad mit achsvermessung und scheinwerfer einstellungen ich das mal brauche wenn ich das mal brauche gut ihr lieben liebenden dann machen wir mal hier luki luki motor 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 ach du je ja dann gehen wir auf bühne 1 und genau wie nur 28 kacke wie siehst du aus völlig genübo inspektion nein wollte ich nicht ich wollte man sich erst an zurück an sorgen dann kann man ihn hier ins spektificar motor springt nicht an ach du je ne kann ich auch keine inspektion machen weil sind damit 'm Warte mal. Ich kann aber hier machen. Luki-Duki machen. Oh je. Ja, wenn er nicht anspringt. Das ist schon mal schlecht. Das ist natürlich schlecht. Das sieht alles nicht so geil aus hier. Boah, what the fuck? Ich kriege mir mein Handy wieder auf den Sack heute. Gelb, gelb, gelb. Das ist echt gruselig. Da ist ja wirklich einiges kaputt, ne, oder? Tja. Kumpel. Sieht nie so geil aus. 440. Das ist schon fast tiefrot hier. Also dunkel orange, also starkes orange, sagen wir mal so. Und das erst mal so alles prüfst, ne? Okay. Gut. Haben wir das alles geprüft. Ähm, sieht alles nicht so rosig aus. Und der springt auch nicht mal an, ja? Also, ja. Kumpel, Kumpel, Kumpel. Oh. Bremsen. Motorprobleme. Ei, 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 ei. Oh, das ist 25% XP, ne? Dann läuft ja. Machen wir mal. Sind Kerze. Da, das. Das, 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 das. Das. Klingt auf jeden Fall super viel, wenn man hier, äh, wenn man das macht und, ähm, der Fehler ist nicht einzugrenzen zum Beispiel oder so, also nicht zu finden, dann kann man das gut damit machen mit der Diagnose, also mit dem selber nachgucken oder eben hier über das. Wenn das. Oh, tsch. Mittlere Sicherung. Bremsbeläge, da ist einiges kaputt hier, glaube ich. Schalten ist fast unmöglich. Betriebe im Arsch. Grundrat, Ausrückler, alles. Das gibt richtig Geld für den Wagen hier. Für den bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber der springt ja nicht mal an, der Kumpel. Der springt ja nicht einmal an hier. Gut, gut, gut. Gut, wir haben ja alles eingetragen, ne? Gucken wir uns die Maschine mal an hier. Augen vor acht, ne? Augen vor acht sein hier, ja. Gut, gut. Gibt es dir alles nix. Wir müssen ja mal looky looky machen, was das Ding hier pro Problem hat. Ja, hier. So, hier die Teile. Muss ich aber nicht auswechseln. Ne, okay. Boah, 41%. 40, ja. So, dann machen wir den roten Deckel einmal ab. Und dann gucken wir mal. Vielleicht muss ich das Öl noch ablassen. Sonst habe ich wieder Probleme, wenn ich hier am rumfummeln bin. Ja, das werde ich aber als erstes machen. Ich muss ja, ich muss den kompletten Motor ja wahrscheinlich wieder. Ich brauche eh den Ölwechsel. Also, du brauchst auch einen Ölwechsel, dann spiele ich das gleich mal mit runter. So, gut. Ja, die werden wir, weiß ich nicht, Ölwannen müssen wir gar nicht. Oh, da hängen keine Teile. Doch. Da, die, ähm, komischen. Teile. Müssen wir einmal auswechseln. Das heißt, wir müssen unten auch aufmachen. Jo, jo. Schön. Das ist super. Oh, der sieht echt schon nicht mehr gut aus, ey. Schöne V8. Okay, das ist das. Das, hier ist das Teil, was ausgewechselt werden muss. Und hier muss auch ausgewechselt werden. Den nehme ich schon mal mit rein. Das wäre dann hier, der ist hier, okay. Also, den machen wir mal ab. Den werde ich aber gleich ersetzen, glaube ich. Ähm, wir müssen nicht alles abbauen, welches ich jetzt gerade gesehen habe. Das hoffe ich zumindest, ansonsten muss ich es noch mal abbauen. So, die Teile. Ne, ich will abbauen. Das wäre der hier, also muss der ab. Ja, und dann von oben Motorraum. Ölfilter sieht nicht mehr gut aus. Der muss ausgetauscht werden. Gut. Aber der sagt, der will den nicht austauschen, ne? Also, doch nicht Ölfilter. Ich hätte, also wie gesagt, mit 10% oder so, das ist total im Arsch. Nicht mehr gut. Das ist zumindest nicht mehr gut. So, ich nehme den mal runter. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da oben an die Teile rankommen und die holen können. So, jetzt. Dann müssen wir erstmal das ganze Zeug raus machen hier. So. So. Oh, eine Zündkerze braucht er. Die ist nämlich wirklich hinüber mit 13%. So. Warte mal, die auch noch hier? Ne, das ist nur die eine Zündkerze. Okay. Erstmal erkennt man das nicht so gut. Entschuldigung. So, hier sind Gerze mal raus. Ja, schön. Und dann kriegen wir den Teckel auch ab. Alter, da schraubst du dir echt einen Wolf, ne? Level ab. Level ab. Sehr schön. So. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist denn das Ding? Muss ich die echt auch noch alle rausnehmen hier? Ach du Wacke. Gut. Die muss neu. Krieg ich nicht raus. Da muss ich hier die ganzen Klammern wieder lösen hier, ne? Ja, die ganzen Dinger müssen raus. Der muss erneuert werden. Der muss erneuert werden. Der hier unten muss erneuert werden. Der muss erneuert werden. Ja, ja. Das sieht ja übel aus hier. Dann hoffen, dass er überhaupt mal wieder anspringt, das gute Stück. Das bleibt nämlich zu abzuwarten. So, dann brauchen wir den hier hinten. Den hab ich schon, ne? Die Lichtmaschine, hab ich die eingefügt? Äh, nein. Die Lichtmaschine ist auch hinüber. Batterie sollte ich vielleicht auch mal checken, ne? Und ja, auch einfach nur leer sein. Ja, Joda war's vergessen. Absolut. Oh, das war schön. Ach, sein Traum. Die kann ich auch schon mal eintragen. Die ist auch, die ist auch hinüber. Oder so gut wie ich hinüber, sagen wir mal so. Ah, okay. Und die hier vorne genauso. Zweimal das Ganze. 13 Prozent. Die ist auch kaputt. 28 Prozent. Ist auch hinüber. Ja. Schön, da bauen wir mal weiter. Ah, da werde ich ja ewig brauchen hier. Oh, im Himmelswillen. Schon alleine, weil ich den komplett, das komplette Ding wieder abbauen muss. So. Das Teil muss ich schon mal eintragen. Flipp. Okay. Gut. Das weiß ich gerade nicht, ob ich den ja... Wahrscheinlich nicht, aber naja. Oder keine Ahnung. So. So, so, so. Dann die Teile, ja genau. Die hängen da unten am Rad noch. Das geht natürlich nicht, ich muss sagen wir mal das Gehäuse. Das sieht zumindest noch gut aus, das Gehäuse. Das ist ganz nett. So, das hier. Das hier. Das hier. Dann kriegen wir dann die Dinger auch. So. Das gute Stück kommt raus. Also, ich muss ja eh noch da ran, ne. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt rankomme, wenn ich das alles abbaue hier. Wir werden sehen. Ich glaube, hat die ganze Familie gelohnt, weiß ich nicht. Da ist er. Der schon mal und hier ist der mit der mit der im Wie heißt denn das Ding überhaupt? Mann, ey. Hier, dieses Teil da. Ist das jetzt draußen? Habe ich das jetzt? Ja, hier. Den brauche ich. Nein. Nein. Nein, 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 nein. So, den hier. Nein. So. Okay. Dann kann ich den nämlich wieder einbauen. Den und... Achso. Müssen wir natürlich auch noch kaufen, wa? Kolbenringe. So nennen die sich. Kolbenringe. Ah, für das Ding habe ich das ja jetzt eigentlich ausgebaut. Nur für diesen blöden Kolbenring. Aber lässt es deswegen schon sein, dass der nicht mehr anspringt in diesen Kolbenring. Wahrscheinlich, ja. Dabei kenne ich mich dann leider auch nicht aus. Also, es tut mir sehr leid. Ich diese tobe Fragen stelle manchmal. Aber das heißt, da gibt es ja keine tobe Fragen, ne? So. Sündkerzen. Sündkerzen hatte ich gesagt. Krieg ich da eine, wa? Eine. Kriegt er eine neue? Unter wie viel darf ich nicht kommen? Unter 40? Ja, der kriegt doch gar keine neue. Dann kriegt er hier die gebrauchten. Aber ich habe nämlich noch 200 oder so. Ich weiß es gar nicht. Das ausreicht. Da war ja, die eine war ja mit 13 hier von ihm, glaube ich. Die brauchen wir dann natürlich auch nicht mehr einbauen, weil 48er ist okay. Dann kaufen wir mal hier die Gassteil. Einmal Zündkerze. Wie gesagt, habe ich einmal schon Abgas-Krümmer. Einmal. Umlenkrollen brauche ich insgesamt zwei neue. Den brauche ich auch einen. Typ A Rolle. Eine komplette Lichtmaschine. Machenwelle, das brauchen wir drüben, 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 drüben. Brauche ich zweimal, Jo. Einmal. Bremssattel. Wahrscheinlich einmal Kolbenringer. Habe ich eingebaut, den brauche ich nicht mehr. Gut. Dann lösche ich das erstmal alles jetzt hier und dann bauen wir die Dinger mal ein. So. Kriegt er hier 100%. Kriegt er 53%. Den braucht er neu. Neu. Zahnrämen den hier. Servus Pumpe war noch in Ordnung. Erstmal. Erstmal. nicht lange wahrscheinlich. So. Dann kriegt er hier noch die 100% drauf und hier bekommt er die noch drauf. Zündkerzen 55. 55. 55. Die 73er dann passt das auch. Okay. So. Die übel langen schrauben. Jetzt wünsche ich ich hätte 300-fache Geschwindigkeit beim schrauben. Also Minimum. Das dauert ja immer ewig hier. Diese roten Dinger. Boah. 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 Es ist ja wie soll ich sagen Land in Sicht. Was haben wir denn alles hier. Ja da kommen wir ja die nehmen hier. Boah. So. So. Abdeckung drauf. Dann gehen wir einmal hier rüber. Ich habe es gerade überlegt. Habe ich das Teil eingebaut? Ja. Da weiß ich den Namen von den Dingern. Da weiß ich schon ganz genau was es ist und wo es ist. Ist ja auch irgendwie cool. Irgendwann hier in der Werkstatt anfangen. Bei Onkel Sam nebenan. Ja. Ja. So. Sehr geil. Dann haben wir den jetzt schon mal so weit hier oben fertig. Dann 1941. 41% dürfen wir. Also kriegt er hier auch die 41%. So. Kriegen wir mal die 100. Stopp. 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 Dann kriegt er hier den. Das Teil brauchen neu. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 59. 50er. Da kommt da komplett ein 9. Und hier kriegt er den 59er drauf. Und den Riemen. Zack. Und hier den 100er. Okay. Dann passt das ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Mhm. Wie gesagt, das Ding hätte ich hier eigentlich auch ausgetauscht. Aber Ölfilter will doch nicht austauschen. Gut. Ähm. Ich werde mal gerne gucken. Wir haben Motor. Haben wir alles beseitigt. Was es zu beseitigen gibt. Alle Probleme gelöst. Das ist wunderbar. Damit ist der Motor hier soweit fertig. Ähm. Server werden wir aufmachen müssen. Glaube ich. Weil. Oder? Ja. Ne. Das Server ist da drauf. Aber hier ging es. Kühlmittel. Mit Kühlmittel haben wir uns bespritzt vorhin. Das ist schön. So. Das Teil. Das ist ja. Haben wir ja schon einmal gekauft. Guck mal, ob ich den gleich mal wechseln bekomme. so. Der Bremssattel. Und der sah noch ganz gut aus. Bremssattel habe ich jetzt hier 100. Nur den 100er. Dann ist das so. hier dann komplett neun. Und einmal die Reifen dazu. So. Den Bremssattel haben wir gemacht. Und hier ist auch ein Bremssattel im Eimer. Okay. Das ist der Ich nehme es erstmal auseinander. So. Da ist der auch neun. Dann hoffe ich mal, dass ich den Motor dann auch gestartet bekomme. Dann ist der Kunde glücklich. Ich bin glücklich. das sind hier die genau Nein. So. Weiß gar nicht ob ich hier schon neue habe. glaube ja. 24. Ne da habe ich noch keine mehr gehabt. Dann sind alle out. Kaputt. Lebt nur noch dann verschrotten oder eben verkaufen. Verkaufen du kriegst ja dafür kaufen noch was. ein credit oder zwei oder drei aber das ist ja nichts ist ja eigentlich überhaupt gar nix viele Probleme hier auch noch im Arsch und Scheibe wahrscheinlich so das ist das hier 23 Prozent Nein muss natürlich noch abbauen so da kriegt er hier eine neue kann auch zumindest schon mal ein bisschen besser bremsen so und reifen wieder fest sehr gut das haben alles fertig dann brauchen wir nur noch das wir wechseln ähm das das und das kühlmittel natürlich aber da habe ich mich ja bekleckert ne und ja die Ölwanne fehlt noch ok jo dankeschön fürs bescheid sagen wie immer vergesse ich ja immer wieder das ist ja nix neues irgendwann mal hätte ich wahrscheinlich mal daran denken so das stink ist ja auch das einzige was wir noch was wir noch machen mussten gut dann machen wir hier das Öl drauf ohne Ölwanne haben wir natürlich ein riesiges problem das ist natürlich klar gut wo ist denn das hier ich gucke mal hier sieht sehr gut aus sehr schön dann testen wir mal ob die kiste auch angeht jetzt oder nicht angeht der motor ist nicht komplett der test kann ich ausgeführt werden sich eben noch geht in lusche wo jedenfalls habe ich schon mal vergessen das ist drin hier das ist drin das ist drin bremsdings ist drin starter batterie das kasten ok warte mal ich muss mal die diagnose machen hier vielleicht sehe ich das stink ja 20 was habe ich vergessen ach da jetzt sehe ich so jetzt aber da springt auch wieder an gut test erfolgreich das passt und wir haben glaube ich alles gemacht und da kann man mal losziehen 2400 haben wir bekommen dafür und ich würde sagen in der nächsten folge machen wir uns an die karre ran hier ähm ja da haben wir ja ein bisschen was zu tun wir haben ja alles an ja angetrickert haben wir schon mal alles ein bisschen ja das war bestimmt wieder lustig vielen Dank fürs Zuschauen bis zur nächsten folge macht's gut tschüss